Sie hat heute Geburtstag, ich habe die Uhrzeit vergessen, Mausi ist ein bisschen frustriert gewesen. In der Disco hat einen Mildernär gesucht, aber keinen gefunden. Und jetzt hat sie sich schon abgeregt, ein Küsschen, alles Gute zum Geburtstag, auf gute neue Videos, auf super neue Reisen, super neue Reisen. Wir sind ja jetzt Türkei-Fans, nicht der letzte Mal hier gewesen, alles Gute zum Geburtstag. Nächste Ziel ist dann Arabien. Ich wäre mir ja unwahrscheinlich für Dubai, also muss das auch mal durchgesetzt werden. Alles Gute zum Geburtstag, danke schön. Und die Gesundheit wollen wir auch nicht vergessen. Danke schön. Danke schön. Nach mal kurz. Das ist schon ein bisschen. Danke schön, toll gesagt, freut man sich immer wieder. So, jetzt haben wir also tatsächlich zwei Sektpläne. Und jetzt wird zum Geburtstag in Punkt 12 Uhr nachgefeiert. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag. Zum Geburtstag zum Geburtstag, zum Geburtstag, там, zum Geburtstag. nodosumsumflüsteben. Und dann, zum Geburtstag, zum Geburtstag. MitRo۔ Schmeckt gut! Ich zeige euch mal kurz die Bar. Hier in dem tollen Hotel. E.C. Santai in Pelek. Weitere Videos folgen morgen.